Da habe ich kein Problem damit. Also von so einem Messertag lasse ich mich irgendwie schüchterer vom Leben. Das ist bei so vielen Menschen in Vorarlberg. Ich meine, irgendwen würde auch noch von den Auslöschen. Ist halt in Sulz sowas passiert. Aber wenn man weiß, wie man sich das benennen muss und für andere Respekt hat, dann muss man ziemlich sicher, dass man sich nicht fürchten muss. Ja, das suche ich heute nicht gerne. Es ist alles so. Wenn etwas passiert ist, ja, eine unsichere Sache. Aber sonst ist es prima. Wir gehen bis dahinter zum Bräger zur Wald hinein und gehen prima mit der Verbindung und alles. Eigentlich eh nicht, weil du kannst eh nichts dagegen. Und ja, es ist schwierig, wenn so etwas passiert ist. Es ist halt so. Ja, es ist schon hart. Also, weil ich finde es einfach normal. Wenn man auf die Strasse geht, muss man Angst haben. Und es ist einfach nur schön mit der Öffentlichen zu fahren. Weil, ja. Ja, wurscht ist es nicht. Aber wenn nochmal so einer kommt und ein Einbock in einem Zug oder Bus, dann ruft man den Schädel. und dann ruft man den Schädel und密 Untertitelung des ZDF, 2020